In diesem Video geht es um die besten drei Aktiv-Lautsprecher-Sits. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Die kompakten Desktop-Monitore DM-40 bieten ein hervorragendes Klangerlebnis für Ihr Zuhause. Sie erben das Beste aus unserer professionellen SDJX-Serie sowie aus Pro-Audio-Lautsprechern, einschließlich des Front-Loaded-Bass-Reflex-Systems für kräftige und straffe Bässe und der Deko-Technologie für eine noch größere Reichweite und einen Sweetspot. All diese Merkmale sind in einem kompakten Design vereint, das den DM-40 zum perfekten Begleiter für Staying und die Produktion macht, aber auch einfach nur, um Musik zu Hause zu genießen. Die 4-Zoll-Glasfaser-Tieftöner erzeugen kraftvolle, kräftige Bässe nach vorne, während die Rillen auf den Rohren die Luftreibung für energische und straffe Bässe reduzieren, selbst wenn die Monitore an der Wand positioniert sind. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Passen Sie den Equalizzer mit den Bedienelementen am aktiven, gespeisten Bluetooth-Lautsprecher an. Höhen-, Bass- und Lautstärkeregler befinden sich auf der Seitenverkleidung. Erleben Sie HD-Audio dank der optischen und koaxialen Eingänge, die den Bluetooth-Lautsprechern R1280dB hinzugefügt wurden. Wir haben die beiden RCA-Anschlüsse sowohl für RCA- als auch AUX-Verbindungen beibehalten. Außerdem verbinden Sie sich drahtlos mit Ihrem Telefon oder Laptop über Bluetooth. Wechseln Sie mühelos zwischen den Eingängen, passen Sie die Lautstärke an und schalten Sie die Stromversorgung mit der Fernbedienung ein. Die Funktionen unserer schwarzen Fernbedienung fügen eine zusätzliche Schicht modernen Komforts hinzu. Komfort und Bequemlichkeit sind das, was der R1280dB mit der Fernbedienung bietet. Saubere Holzoberfläche, erhältlich in Schwarz- und Holzfarben. Kontrollieren Sie Bass-, Höhen- und Lautstärke mit den Bedienelementen am Lautsprecher. Mehrere Eingänge und Bluetooth-Verbindung. Kabellose Fernbedienung für mühelose Steuerung und Umschalten zwischen den Eingängen. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Jeder Studiomonitor der ERIS-Serie verwendet einen Verbundtieftöner. Die Struktur und Beschaffenheit des 3, 5-Zoll-Tieftöners des ERIS E3.5 führen zu einem gleichmäßigeren Abstrahlverhalten über den gesamten Frequenzbereich hinweg, was zu weniger Verzerrungen im Laufe der Zeit und insgesamt saubererem Klang führt. Der ERIS E3.5 verfügt über einen 1-Zoll-Seidenhochtöner, der einen weichen und raffinierten Klang liefert und transienten sowie hohe Frequenzen präzise wiedergibt. Mit drei verschiedenen Arten von Audio-Eingängen können Sie den Sound einfach von einem Mixer, einem Interface, einem Media-Player oder fast jeder anderen Line-Level-Quelle zu den ERIS-Monitoren leiten. Wie alle Presonus Monitor-Lautsprecher bieten die ERIS E3.5 eine konsistente und präzise Wiedergabe mit einer gleichmäßigen Frequenzantwort, die die ERIS-Monitore weltweit beliebt.